Ein herzliches Willkommen zu unserem Videokanal, inspirierendes aus Theologie und Kirche. Freiwillig im Gefängnis, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts, hier im schönen Aostertal, am Rande einer Konferenz. Großartig Mario, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch, denn du bist freiwillig im Gefängnis. Genau, freiwillig. Ich bin ein Seelsorger im Gefängnis. Ich besuche die Leute seit jetzt etwa 20 Jahren und das ist ein Job, der mir wirklich gefällt. Was gefällt dir da besonders daran? Weil ich denke, Gefängnis ist ja ein trister Ort, ein trauriger Ort. Stimmt, es gibt traurige Geschichten im Gefängnis. Leute, die einfach im Leben alles verloren haben, wegen einem Moment, wo die einfach etwas Blödes gemacht haben. Aber trotzdem sind Menschen, die immer wichtige Fragen haben und die möchten gerne einfach mit jemandem reden. Und ein Seelsorger ist immer sehr wichtig in einem solchen Gefängnis. Wenn wir das gleich noch mehr vertiefen, kannst du sagen, wo du genau als Gefängnis geistlicher tätig bist? Und ein bisschen mehr über dich sagen, bitte. Ja, also erstens, ich bin ein Italiener, der in der Schweiz gekommen ist, seit etwa 35 Jahren. Ich komme aus der Piemont, also gar nicht weit hier vom Ostertal? Nein, es ist nicht sehr weit weg, ungefähr unter 30, unter 50 Kilometer entfernt. Und dort gibt es eine kleine Minderheit, protestantische, historische Gemeinde, die einfach an die reformierte Kirche in Europa eingesteckt hat, einmal in der Geschichte. Und seitdem, wir sind eine anerkannte, reformierte Kirche. Es ist eine Kirche, die sehr engagiert ist in der Diakonie, aber trotzdem bedeutet etwa 20.000 Personen, wirklich eine Kleinigkeit. Ja, und du arbeitest aber jetzt über den Bergen, eben auf der Schweizer Seite, im Wallis. Und was sind das genau für Gefängnisse? Sind das Hochsicherheitsgefängnisse, Untersuchungsgefängnisse? Kannst du da etwas näher dazu sein? Ja, also es ist zwei Untersuchungsgefängnisse, eine ziemlich große in Sitteln und die zweite ist in Brigg. Das bedeutet, in beiden Sprachregionen gibt es eine, natürlich die Mehrheit der Leute sind französische Sprachende und eine Minderheit der Deutschen. Oder sogar auch gibt es Leute, die viele Sprachen reden. Eben auch wie du, ich bewundere Mario, meinen Kollegen so sehr, dass er mindestens Trileng ist, Italienisch, Französisch und auch die deutsche Sprache. Mindestens, die anderen Sprachen sind noch gar nicht aufgezählt. Du, und sag mal, welche Fähigkeiten muss denn jemand haben, der für die Kirche im Gefängnis arbeitet? Also Sprachen sind sicherlich nicht schlecht, weil viele Untersuchungsgefangene sprechen verschiedenste Sprachen, Sprachkenntnisse. Aber darüber hinaus, welche Fähigkeiten muss ein Gefängnis geistlicher noch haben? Am wichtigsten ist einfach, kein Urteil haben. Es gibt schon Leute, die dabei sind, also im Gefängnis sind, die diese Arbeit machen und das ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Aber wir als Gefängnis-Sellsorger, wir müssen einfach dabei sein, hören und hören und hören und auch einfach mit Menschen bleiben, die Geschichte und manchmal wirklich schwierige Geschichte hören und einen Schritt weiter weg mit diesen Leuten machen. Wie kommt es überhaupt zum Kontakt zwischen dir und den gefangenen Personen? Kommen die auf dich zu oder melden die sich oder machst du generell Besuche? Wie kann ich mir das vorstellen? Es kommt darauf an, es gibt Gefängnisse, wo die Leute fragen müssen, also durch ein Blatt, die müssen ein Blatt ausfüllen und dort können sie einfach den Seelsorger fragen. Und dann kommen die Leute zu mir. Und andere Gefängnisse, da darf ich einfach ein bisschen mehr Freiheit haben und fragen jede Zelle, wollen sie einen Besuch? Und wenn die Ja sagen, die kommen in ein spezielles Zimmer, wo dieser Besuch möglich ist. Wie ist das? Lebst du da auch mitunter gefährlich, so mit den Gefangenen zusammen zu sein oder besteht da keine Gefahr? Also ich bin im Gefängnis seit etwa mehr als 20 Jahren. Ja, freiwillig im Gefängnis, muss man dazu sagen. Ja, ja, genau, freiwillig. Freiwillig. Aber ich habe nie ein Problem gehabt, also Sicherheitsproblem. Irgendwie ist der Selbstsorger jemand, der wirklich akzeptiert ist und wir wissen ganz genau, dass wenn irgendjemand gegen den Selbstsorger etwas machen würde, das wäre sehr schlimm. Ja, also das ist praktisch wie ein Schutz oder eine unabgesprochene Vereinbarung unter dem Gefangenen, der Omonier, also der Gefängnisseelsorger, der ist geschützt. Man schützt ihn. Man schützt ihn, genau, jawohl. Das Gespräch, das Zuhören ist sicherlich sehr, sehr wichtig, die Hauptaufgabe von dir. Gibt es sonst Wünsche, die die Gefangenen an dich herandragen? Ja, also nicht für alle, aber die spirituellen Sachen sind natürlich auch sehr, sehr präsent. Die Leute haben Zeit im Gefängnis und die größte Teil hat existenziellen Fragen. Und die Bibel kommt auch auf den Tisch, bei Leuten, die einfach nie diese Frage gestellt haben. Aber plötzlich wird einfach eine große Frage und die wollen einfach mit jemandem damit reden. Ja, spannend. Ja, also mehr als draußen, würde ich sagen. Unglaublich. Und? Also es soll jetzt nicht despektierlich sein, die Gemeinde läuft praktisch nicht fort im Gefängnis, oder? Nein, also wirklich, es gibt wirklich große Fragen und existenzielle Fragen. Wir haben wenige Möglichkeiten, also ich selber, wenige Möglichkeiten, draußen in dem Gefängnis solche Fragen zu antworten. Gibt es auch so Wünsche, die du eben nicht erfüllen kannst? Also Kontakt herstellen zu bestimmten Leuten, draußen zu Familienangehörigen, oder machst du das auch? Nein, also es ist nicht möglich. Also im Gefängnis ist wirklich eine geschlossene Welt. In einem Untersuchungsgefängnis gibt es keine Kontakte, am meisten mit anderen Leuten. Und ich kann natürlich nicht mit jemandem über einen Gefangenen reden, weil der Gefangene ist natürlich geschützt. Man muss nicht wissen, dass er im Gefängnis ist. Und deswegen sind wir an einem Geheimnisdienst... Ja, Schweigepflicht. Ja, genau. Du, jemand, der jetzt so oft im Gefängnis, Besuchsweise ist, was hältst du von Sätzen wie, ah, im Gefängnis, da ist es ja wie im Hotel. Was kannst du da sagen? Es gibt bessere Hotels, sowieso. Ja. Ja, wie ein Hotel. Ja. Ja, es ist schon wahr, dass es in einer Zelle einen Fernseher gibt. Ja. Das ist die einzige Sache mit Radio, die einfach mit der Welt eine Kontaktmappe macht. Aber man muss schon denken und vor allem für die Leute, die vor dem Gericht sind, für diese Leute, es bedeutet 23 Stunden pro Tag allein zu sein. Ja. Die bekommen das Essen in der Zelle, die essen in der Zelle, die haben nur die Möglichkeit, eine Stunde pro Tag draußen zu spazieren, in einem geschlossenen Raum, ja, in einem geschlossenen Gebiet und einmal pro Woche Sport. Einmal pro Woche Sport. Eine Stunde oder zwei Stunden. Und eine Stunde Freigang pro Tag, wo sie dann... Ja. Und ich war auch im Gefängnis mit einer Jugendgruppe, in Brieg zum Beispiel. Und dieser Balkon, wo die eine Stunde sein durften, war von oben vergittert. Und diese Zimmer, also da ging kein Fenster aus, war Panzerglas. Also ein schlechter Geruch war einerseits drin. Und ich stelle mir das schwierig vor, drei, warte Stunden eingesperrt. Und man muss auch dazu sagen, wenn man fragt, ja, wieso arbeiten die nicht? Tatsache ist, sie dürfen es nicht. Wer in einem Untersuchungsgefängnis ist, darf noch nicht arbeiten. Ist das richtig? Es ist richtig. Es kommt schon drauf an, aber in Sitten zum Beispiel, man hat die Möglichkeit zum Arbeiten, aber nur für eine kleine Minderheit. Ja. Ungefähr 10 Prozent. 10 Prozent. Es gibt Möglichkeiten in der Küche oder in Wascherei oder in Drückerei zu arbeiten, aber sonst hat es keine Arbeit. Aber wenn es Arbeit gibt, die wird gerne angenommen, weil man will was tun. Natürlich, wenn es Arbeit geben würde für alle, die wäre natürlich sehr zufrieden. Wie ist das mit dem Personal? Ist da ein gutes Einvernehmen, eine gute Zusammenarbeit? Freut sich das Personal, wenn du kommst? Oder wie wirst du gesehen vom Personal? Also, es hat schon eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis es eine Vertrauensbeziehung gibt. Weil am Anfang war der Seelsorger einfach derjenige, der Zigarette mitgenommen hat und einfach die Messe gemacht hat. Da waren am Anfang Priester, die in Gefängnis gegangen sind. Warte, du hast eine Zigarette mitgenommen? Nie. Okay. Nein, jetzt ist ganz anders. Ganz anders, ja. Es ist professionell. Wir sind einfach ausgebildet für Ören und auch dazu eine gute, wie kann man sagen... Gutes Einvernehmen auch? Gute Beziehung zu haben? Gute Beziehung zu haben, natürlich. Und das wissen die Werte auch. Ja. Vieles Mal habe ich gehört, nach dem Besuch, wenn die Leute zurück in der Zelle gehen, dass das Personal fragt, fühlen Sie sich jetzt besser? Tatsächlich. Die fragen immer. Und das bedeutet, wir haben schon verstanden, das hilft, dieser Besuch, diese Betreuung. Und deswegen sind wir jetzt gut akzeptiert. Ja. Und es ist fast, ja, man kann schon sagen, eine Zusammenarbeit. Ja. Jede in seine spezifische Rolle. Genau. Hochinteressant. Mario, das war ein hochinteressanter Einblick von dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Gottes Segen, Schutz und Motivation in deiner Arbeit als Gefängnisseelsorger. Sag Merci vielmals und bis auf ein anderes Mal. Danke schön.